Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. Beim letzten Mal haben wir irgendwas gemacht. Ich meine, wir haben das Fliegerlevel beendet, denn da bin ich gerade rausgefallen, dass es beim Spielstandladen passiert. Das ist nicht dieselbe Aufnahme. Wer wird mich dafür verurteilen? Keiner. Also, fangen wir jetzt mit dem allerletzten Level an, bevor der Endboss Cortex auftaucht. Ich meine, er wollte sich aber beim letzten Mal schon nicht schuldig machen, dass wenn wir ihn jetzt wieder besiegen, dass alles wieder gescheitert ist, was er jemals aufgebaut hat. Ich weiß nicht mal, was er gesagt hat. Irgendwas? Vielleicht schneide ich das hier jetzt rein. Aber wahrscheinlich endlich. Wie ich nicht kenne. Oh, okay, da lag ich schon mal komplett falsch mit dem, das könnte das Koko-Renn-Level bei Nacht sein. Ich glaube, das kam in der Bonus-Stage. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht wirklich schwer. Na, doch schwer. Oh mein Gott, das war knapp. Ich habe nur überlebt, weil ich dem Krokodil so ein ganz kleines, so ein Erfolgserlebnis gegönnt habe. So ein Motto, ganz schwer. Boah, ich bin ein ganz harter Junge. Ja, natürlich bist du das. Und deswegen hast du mich nicht umgebracht, wenn du so hart bist, dass du härter bist als der ganze Rest, der mich hier nur umbringen will. Das ist sehr nett und sehr hart von dir, mein liebes Krokodil. So, ich komme jetzt mal und, ähm, auch, Moment mal. Mir fällt gerade so eine Sache oder mir ist gerade so eine Sache entfallen. Ich hoffe, er die hier. Damit können wir alles einfacher machen, aber egal. Komm hoch, du Sau. Fliegt ja direkt weg. Das wäre link gewesen, wenn da jetzt noch eine rausgekommen wäre. Oh, geil. Und in den Tempel wieder rein. Und, oh, die Teile gehen fliegen. Das ist nicht so schön. Oh, da drin ist es dunkel. Liebes Glühwürmchen, bitte sei ganz vorsichtig. Ach, du kommst mit mir. Das ist schön. Oh, das ist noch viel besser. Ich dachte, du haust einfach ab oder sowas. Vorsichtig. Oder ich slide hier so durch. Viel geiler. Oh, hi. Das ist eine Mumie. Bist du leergestiegen, Äpfel? Bist du das? Anscheinend. Oh, oh. Glühwürmchen. Glühwürmchen, wo bist du? Warum verlässt du mich? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Das Glühwürmchen hat mich verlassen. Äh, äh. Äh, äh, äh. Das war doch... Da bist du... Vielleicht soll ich laufen. Vielleicht ist das Ding zeitlich begrenzt. Ich weiß es nicht. Oder es passiert, wenn ich meine Bazooka raushole. Na, meine Bazooka, die ist so dermaßen fett. Das... Ja, ich rede schon nicht mehr über die Bazooka. Das wisst ihr wahrscheinlich gerade alle. Oh, du Arsch. Du haust einfach ab. Ist ja richtig unfair von dir. Ja, wehe, du fliegst da jetzt durch. So, ganz schnell. Ach, der kreist um mich rum. Nein, nicht abhauen, bitte. Haust du jetzt tatsächlich ab? Du bist kein Arsch, oder? Ist doch kein Arsch. Ich lass mir jetzt gerade mal hier noch so ein bisschen Zeit. Und sammle hier die ganzen App für einen und sowas, ne? Da wirst du Verständnis gehabt. Dankeschön. Hops. Nein. Du Arsch. Bunkig ist lang. Hier ging's nicht lang. Schön. Hier, hier, hier. Willst du ein Rap machen, oder warum wiederholst du die Worte so oft? Jetzt. Stopp da. Alter, ich brauche dieses Ding dann jetzt schon. Wenn du dich gemacht hast. Möbelst. Mann, ich werde hier so viele Leben verlieren. Die brauche ich doch nachher für den Bosskampf. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert. So, mein liebes Glühwürmchen, bleib ich bitte mal bei mir, auch wenn ich die Basuka ziehe, bitte. Oh, guck mal, dann bleibst du auch bei mir. Das ist also tatsächlich nur Zeit nicht begrenzt. Ey, du Arsch. Dreh dich. Irgendwie. Fast. Du doofes Glühwürmchen. Okay. Geh zu. Lauf. Schneller. Scheißegal. Nimm einfach, sammle einfach alle Kisten, irgendwas. Lauf. Lauf. Das war eine knappe Nummer. Die Äpfel sind jetzt erstmal egal. Hauptsache, wir kommen jetzt hier erstmal durch. Denn ansonsten verlieren ich viel mehr Leben, als wenn ich jetzt einfach durchstehren würde. Ah. Du Kacke. Okay, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Nein, das Glühwürmchen. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Das ist nicht fair. Wenn ich jetzt die Kisten übersehe. Nein. Ich muss mich hier komplett einmal durchdrehen. Ich hoffe, hier ist irgendwo was. Ich mache einfach hier den Safe Point. Und drehe mich hier einmal gerade komplett zurück. Ist hier irgendwo eine Kiste. Das ist doch alles unfair. Unfair ist das. Okay, eine dreifache Dingenskiste. Das ist schön. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer... Ich konnte es mir auch ein bisschen einfacher machen. Gib mir mein Bier jetzt. Guck mal, jetzt ist er schon golden. Der ist richtig sauer. Der liebe, hol mir doch. So, ähm. Ich musste da nicht drüber springen oder sowas, ne? Ne, über Nitro. Ne, ist klar. Spring auf die Nitro-Kisten drauf, um weiterzukommen. Willst mich verkehren? Das rastet ihr komplett aus. Hol mir ein Bier. Okay. Okay, wir holen dir ein Bier. Bring nur nicht die ganzen Leute um. Die armen Leute. Lauf schneller. Ich will mein Bier jetzt haben. So, hier noch alles schön mitgenommen. Kein Problem. Ich hätte so schwören können. Der hört einfach nur vorher auf, hier rumzutanzen. Wie soll Olo-Mongo? Oh, du bist runtergefallen. Das tut mir ja fast leid. Checkpoint. Mach auf. Sonst habe ich einen dusteren Checkpoint. Oh, und die Bonus-Stage. Da hinten eiert einer. Im Beat. Din, din, din. Okay, eigentlich gar nicht im Beat. Hier, frisst man ein paar Äpfel, die ich mir in der Bonus-Stage jetzt wiederhole. Auch wenn die gar nichts abziehen oder sowas, ne? Ich bin guter Dinge oder eher schlechter Dinge, dass ich aller Kisten, alle, aller Kisten. Ist das ein neues Rezept? Ich hätte gerne ein Spaghetti aller Kisten. Keine Ahnung. Dann nehme ich so ein Kist Spaghetti und klatsche hier da drauf. Was? Hier auch mit Lichtern. Ich will... Nein, ich wollte noch nicht. Ich wollte noch nicht. Ich wollte noch nicht. Wahrscheinlich wird man hier zu viel... Oh, der war doof. Wenn man hier so viel Hechnik hat. Dann springst du einfach über die Absperrung und fliegst in den Abgrund. Das hast du toll gemacht. So blöd muss man erstmal sein. So blöd muss man erstmal sein. Okay, das heißt, ich kann die hier komplett aktivieren. Ja, schieß alles weg. Ist ja nicht so, dass wir hier wenig Zeit hätten oder sowas. Mach schnell! Bäm! Ich hoffe mal, da unten war nichts. Sehr gut, da unten war nichts. Dann einmal zack, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Äh. Äh. Und eins. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Mann. Eins. Die Arsch. Oh, du Arschkiste. Ich weiß nicht, was eine Arschkiste ist. Vielleicht ist da ein Arsch drauf gemalt. Was soll das denn? Das ist doch voll unfair. Licht aus. Ja, nee. Mach das mal. Ist ja nur die Bonus-Stage. Ja, die können wir so oft machen, wie wir wollen. Das ist schön. Aber ich wollte jetzt nicht eine Folge für die Bonus-Stage hier einsparen. Oh, ich wollte eigentlich vorher die Kisten wegballern. Das wäre schlauer gewesen. Ja, verschwende ruhig Zeit. Ist nicht schlimm. So, jetzt einmal bitte schnell hier drauf. Schneller! Das ist nicht schnell. Mach kaputt jetzt. Hö, hö, hö. Okay, ganz schnell. Nur nicht zu hektisch, bitte. Und dann... Ja, okay, so geht's auch. Dann... Einen hatten wir schon. Mach jetzt. Nein! Äh! Und die geht noch. Das ist doch sowas untypisch. Eins. Ich sagte eins. Ich wusste es. Okay. Äh, wo muss ich jetzt hin? Hallo? Hier muss ich nicht hin. Ah, das ist so ärgerlich. Wer auch immer sich diese Scheiße mit dem Licht ausgenacht hat, er kann sich von mir gewürgt fühlen. Und nicht gewürgt. Wie meine Deutschlehrerin damals gesagt hatte, das war dein Hals. Und das hat die tatsächlich gesagt. So, jetzt sparen wir mal ein bisschen Zeit, bevor ich wieder herrück. Das war dein Hals. So, schön weiter. Kann ich die da vorne auch irgendwie schon treffen? Das spart auch nochmal Zeit. Sieht das gut aus? Nee. Nicht ganz. Du bist noch nicht... Ah, jetzt bist du aktiviert. Alles klar. Kein Problem. Hallo, liebe Kisten. Oder... Scheiß Kisten! Geht doch alle kaputt, bitte. Wieso tut ihr das? Nein! Schneller! Meine Kacke! So, ganz schnell jetzt. Und... Nein, falsche Richtung. Warum ist das inventiert? Schön! Das ist gut. Jetzt kann ich wieder... So. Boom! Auch wenn dir gar nichts ist. Nochmal boom! Oh. Ich glaube... Ja, ich glaube da war irgendwas, was mich zum Flirten gebracht hat. Und zwar Dynamit. Boah, ist das scheiße platziert. Gibt es irgendeinen anderen, der das so scheiße gemacht hat wie ich? Was ist das doch? Nee. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Kisten vorzuaktivieren. Egal! YOLO da durch, Mann! YOLO! Warum geht das jetzt so schnell? Das ging doch eben nicht. Okay, ganz schnell. Ist mir egal, was mit den Kisten hier ist. Dreh die jetzt. Nicht so! Warum kann ich sie nicht einfach zerballern? Gibt es keine Apfelbombe oder so? Oder einen Apfelstrudel? Höö, ein Apfelstrudel. Okay, nein. Das ist kein... Nix zum Essen, sondern... Das wäre ja keine Ahnung. Klatsche auf den Boden, dann ist da so ein Strudel voll Äpfeln und der saugt alles ein. Hallo, liebe Kisten. Warum dreht ihr euch plötzlich so schnell weg? Ich weiß es nicht. Yay! Und jetzt ganz schnell. Das war nicht schnell. Schneller! Jetzt macht er wieder gar nichts. Genau wie eben. Schnell! 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 Einfach drüber drehen und dann hier kaputt machen. Oder was auch immer. Mach kaputt, Mann! Mach kaputt! Ich muss mir gerade mal vor Augen setzen, was da vorne jetzt kommt. Okay. Schön! Schön! Die zweite Kiste hat einfach keine Äpfel mehr. Nö, das ist eine faule Kiste. Ja, das ist die Leppmich am Arsch, Kiste. Ey! Mann! Wieso? Das gibt es doch gar nicht. Komm jetzt aber. Ich bin voller Dinge. Ein voller guter Taten. Oder voller guter Dinge, sagen wir es so, dass ich das jetzt schaffen werde. So. Ähm, einmal weg damit. Und du hast schon wieder ein bisschen Zeit. Ja, weggelassen. Jetzt geht es aber schnell hier. Sehr schön. Sogar beim ersten Mal. Einmal hier drüber drehen und dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und, ah, YOLO. Das ist doch unfair. Was ist hier? Ist hier noch was? Das gibt es doch nicht. Ich höre da nur Dynamis. Ja, okay. Und springen ein. Mann, du kannst das nicht schaffen mit diesen beiden Spackenkisten. Ich müsste mir ein Bild davor machen, mir das ausdrucken oder es vor die Nase legen und abschätzen, wo ich hingehe. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Ja, nee. Okay. Ganz vorsichtig, bitte. Du wolltest hier auf Zeit einsparen. Das mit dem Zeit einsparen ist völlig idiotisch, weil ich eigentlich alle Kisten haben will. So, dreh dich mal hier schnell durch. Das war halbwegs schnell. Vorsichtig. Mach jetzt. Schnell. Das war schon wieder inventiert. So eine Kacke. Oh, jetzt hat es geklappt. Und runter hier. Mach alles kaputt. Ich sagte alles. Schnell, 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 schnell. Nein. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Waren das alle? Erzähl mir nicht, ich muss hier... Nein. Erzähl mir nicht. Die Kisten muss ich auch kaputt kriegen. Okay. Ist mir schnurzpiep egal, warum auch immer hier ein Lichtlein ist. Ich hasse diese Teile. Warum fliegen wir jetzt so heftig weit zurück? Das ist doch voll der Umweg. Flieg keine Umwege, du Arsch. So, ich hoffe mal, dass wir am Ende mit der Zerstör-Alle-Dynamit... Nein. Nein. Erzähl mir nichts. Ich müsste... Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich müsste das Ding jetzt nochmal machen. Ich hätte mich... Ich hätte mich zum Schmacken geärgert. Das wollte ich jetzt gerade nicht sagen. Das ist eine doofe Redewendung, die wir immer noch benutzen. Aber egal. Und zwar sich... Gut, eigentlich ist das nicht... Nee, ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Oh Gott. Äh, äh. Verlasse mich nicht. Du dämlich ist nicht. Ach, Glück gehabt. Ja, das ist zu, aber Glück gehabt. Ne, ansonsten hätte ich hier... Deiner... Scheiße. Deiner Scheiße. Oh, nicht wehgetan. Das ist gar kein Sprichwort, du Arsch. Dich deabonniere ich. Und ich deabonniere dich gleich nochmal. Und das ist so auf den... Oh, das war knapp. Den Deabonnieren-Witz reißt. Ja, das ist aber scheiße. Genau, das ist aber scheiße. Das hat sich angeht, als ob mich einer identiert hätte. Das ist aber kein Witz. Das ist einfach die traurige Gewalt. So, jetzt lauf hier durch. Du kranker Affe. Schnell, schnell. Oh, das war so klar. Und das war auch so klar. Eigentlich nicht. Damit hab ich nicht gerechnet. Das muss ich ja mal fair zugeben. Ne, Crash Bandicoot? Nein, da hab ich nicht gerechnet. Das hast du ganz toll gemacht. So, oh, ich will links rum. Oh, doch nicht. Oh, ich hab dich ausgetrickst. Das tut mir ja fast... Ey. Das hat nicht gerade Zeit gespart, dass ich mich da gedreht habe. So, wo geht's hier weiter? Aua, das war... Aua, aua, aua. Das war knapp. So, jetzt ganz vorsichtig, bitte. Und du kommst jetzt erst mal um die Ecke gehoppelt. Denn dann bin ich eben gestorben. Das kassiert nicht nochmal. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ich bin so fast in den Abgrund gefallen. Hallo, liebe Kisten. Hallo, liebe Schlangen. Hallo, liebe Kisten. Und auch mal hallo, liebe Kiste. Ich würde ja gerne die ganzen Äpfel davon haben oder sowas, ne? Hallo. Würdest du... Bitte, bitte. Yeah. Nie wieder in der Dunkelheit rumtappen. Ich dachte gerade, das Warpfeld hätte mich in den Abgrund gedrückt. Kommt jetzt eine anspornende Rede. Für mich, wie ich euch in den Arsch drehte. Okay, anscheinend ich dachte, Cortex taucht auf. Deswegen, wie ich euch in den Arsch drehte, wenn der da mit seiner Maske hängt. Das ist doch ganz schön. Zwei neue Sachen. Dafür gibt es erst noch ein Siegestanz hier. Und eventuell das letzte Siegestanz in deines Lebens. Nein, das glaube ich nicht. Und doch, vielleicht wird es ja super, duper spannend. Und, was weiß ich, das Spiel wurde gehackt. Und die Endstage ist so krass, dass Crash Bandicoot beim ersten Mal sterben stürmt. So wie jeder normale Mensch das tun würde. Oder jedes normales Beuteltier. Oder was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, bei der Klutschfresse. Und mich und mir. Und mich. Äh. Die abonnieren dich gleich nochmal. Warum hat der so eine Klutschfresse? Ich weiß es nicht. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bei dem letzten Endboss, den es in diesem Spiel geben wird. Außer, ich habe meine Information wieder falsch. Und in der Bonusstage gibt es auch noch einen. Haut rein, meine Lieben. Und bleibt geschmeidig. Bis dann. Hau rein, liebe Coco. Hau rein. Hau rein.